Das ist Anna aus Rostock. Anna bekommt heute von ihrem Chef die LOCA-Karte. Nach Feierabend geht sie gern durch die Stadt. Immer häufiger entdeckt Anna das bunte LOCA-Logo. Auch ihr Lieblingsgeschäft ist dabei. Hier bezahlt sie mit ihrem LOCA Guthaben und stärkt damit die Region. So macht Einkaufen Spaß. Und Anna ist nicht die einzige. LOCA ist für alle da. Es sind schon viele Partner dabei und es werden immer mehr. Gemeinsam stärken wir unsere Region. Sei auch du dabei. Alle Infos findest du auf loca-karte.de www.feyyoutube.com